Oh, bitte! Kann mir denn jemand helfen? Gibt es denn keine Gerechtigkeit mehr auf dieser Welt? Du hast nach Gerechtigkeit gelufen, Schätzchen. Hier bin ich. Was? Wer bist du? Hades. Ja, der Unterwelt. Hades? Ganz genau. Aber meine Freunde... Du hast Freunde? Pass los auf. Ich ja... Ich bin übrigens ein Problem. Es ist ein Problem, was ich nicht so recht umlösen lässt. Dein Freund fast tot bei einer verstorben Tragung. Das ist unfair. Er hat es nicht verdient zu sterben. Ja, seine Seele befindet sich so gut wie in meinem Reich. Nein, dass ich kann ihm sämtliche Qualen durchlaufen lassen. Andererseits könnte ich auch etwas tun, was ihm helfen würde. Könntest du? Aber was willst du da tun? Was mich durchschaut, natürlich, ist nichts umsonst. Aber ich will nur eine Kleinigkeit. Deine Seele. Meine Seele? Niemals. Ich kann doch nicht meine Seele verkaufen. Dann liebst du ihn nicht. Natürlich liebe ich ihn. Aber du würdest nicht alles für ihn tun. Du nimmst ihn nur aus. Lüge. Ich... Okay, du hast gewonnen. Meine Seele für sein Leben. Hervorragend. Das ist der Vertrag. Und das schreibe ich hier, hier und irgendwo da unten. Wenn du jetzt zustimmst, bekommst du diese Sonnencreme und eine Fahrt über den Sticks gratis dazu. Ich würde mich jetzt entscheiden. Unterwelt. Neue Seelen geschaffen. Äh, was machst du da? Ich lese das kleine Druck. Nein, nein, haha, nein, das ist überhaupt nicht nötig. Widerschreibe einfach, okay? Okay. Äh, und was jetzt? Fühlt man sich irgendwie anders? Bei riesigen Nebenwirkungen kommt zu Hardest, Baby. Und jetzt lauf zu deinem Geliebten vor nur ne Zeit und noch mit dem Arzt. Aber noch? Was soll das heißen? Wenn du ein Spielchen mit mir treibst, dann lernst du mich aber kehren. Oh, nicht doch schmutzig, ich will nur dein Bestes. Jetzt geh, kusch, kusch. Kennst du nicht, dass man dich aus dem Olymp verwandt hat? Du bist echt seltsam. Was? Nichts. Ich bin da mal weg. Man sieht sich. Wenn du wüsstest, Mägelmäuschen, du wirst mir noch mal helfen, den Olymp zu stürzen. Denn du gehörst mir, sobald dein Freund stirbt oder dich verlässt. Und letzteres stand im Kleingedruckten. Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg.